Eine Raumstation in einem ausgehöhlten Asteroiden? Humbug oder realistische Idee? Ein Team aus Astrophysikern und Physikern hat jetzt berechnet, ob diese Science-Fiction-Idee umsetzbar wäre. Und das Ergebnis ist mehr als überraschend. Wie also können wir uns eine Raumstation in einem ausgehöhlten Asteroiden vorstellen? Clixoom Science & Fiction. Hier gibt's täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen! Manche Fachleute sind sich sicher. Das sogenannte Space-Mining könnte mal eine der größten Industrien des 21. Jahrhunderts werden. Das Potenzial ist jedenfalls gegeben. Berechnungen zufolge könnte nämlich ein etwa 1 Kilometer großes Objekt den heutigen Bedarf an Industriemetallen decken. Und das für Jahrzehnte. Die NASA geht davon aus, dass allein im Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Mars Gold, Nickel und Eisen im Wert von Achtung 700 Quintillionen Dollar zu finden sind. 700 Quintillionen sind unglaubliche 20 Nullen hinter der 7. Wow! Und mittlerweile ist an dem Thema nicht mehr nur die NASA dran, sondern auch Weltraum-Bergbau-Unternehmen und auch einige Start-ups. Und so gibt es schon jetzt Geschäftsmodelle für den Weltraum-Bergbau. Das langfristige Ziel ist es dabei nicht nur Material abzubauen und zur Erde zu bringen. Die Rohstoffe könnten außerdem auch direkt im Weltraum genutzt werden. Und zwar für Aufenthalte dort oder längere Reisen. Bei der Umsetzung wäre eine Raumstation enorm sinnvoll. Und zwar direkt an oder besser gesagt direkt in den Zielobjekten. Konkret könnte beispielsweise ein Teil eines Asteroiden ausgehöhlt werden, um dann in seinem Inneren eine Raumstation aufzubauen. Das hätte direkt einige Vorteile, die den Abbau von Rohstoffen enorm vereinfachen würden. Im Inneren eines Asteroiden beispielsweise wären die Astronauten vor der kosmischen Strahlung geschützt. Und nach dem Abbau der Rohstoffe könnte man den Asteroiden in Rotation versetzen. Damit würde dann eine künstliche Schwerkraft erzeugt. Klar, das klingt erst einmal nach Science-Fiction pur, doch völlig ausgeschlossen ist das ganze Projekt keineswegs. Astrophysiker und Physikerinnen der Universität Wien haben diese Zukunftsvision jetzt einmal genauer analysiert. Als Basis für ihre Berechnungen haben die Fachleute einen hypothetischen Asteroiden mit einer Größe von 500 mal 390 Metern ausgewählt, der künstlich in Rotation versetzt wird. Asteroiden solch einer Größenordnung existieren tatsächlich in der Nähe der Erde. Das Physikerinnen und Physikerteam, benennt in seiner Studie beispielsweise 3361 Orpheus und 99942 Apophis in den hypothetischen Asteroiden aus Silikatgestein, würde laut den Berechnungen ein Hohlraum geschaffen und zwar in einer Größe von 200 mal 300 Metern. Hier könnte dann eine Raumstation errichtet werden. Damit die Gesundheit der Astronautenteams dort nicht gefährdet wird, müsste der Asteroid laut der Experten und Expertinnen ein bis drei Mal pro Minute um seine Achse rotieren. Dies hätte eine Schwerkraft zufolge, die der Schwerkraft auf dem Mars ähneln würde. Etwa 38 Prozent der Schwerkraft auf der Erde nämlich. Dazu Thomas Meindl aus dem österreichischen Forschungsteam. Unsere Berechnungen zeigen, dass die Belastungen durch Fliehkräfte eine Raumstation in so einem Asteroiden möglich machen, ohne dass Spannungen zu einem Zerbrechen des Körpers führen. Doch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betonen auch, dass ihre Berechnungen nicht als Basis für eine endgültige Entscheidung dienen können. Ob sich solch ein Objekt tatsächlich für den Einbau einer Raumstation anbietet, könnte allein eine Mission vor Ort zeigen. Diese würde dann auch wichtige Erkenntnisse zur inneren Struktur und Zusammensetzung des Asteroiden liefern, die uns bislang noch fehlen. Die größten Gefahren aus dem Weltraum. Draufklicken, anschauen und Astrocomic TV abonnieren. Cooler Kanal. Ansonsten bis dann. Bleibt dran!